willkommen zurück zu let's play fortnite ja wir nehmen mal wieder eine weitere folge fortnite auf denn der schlechteste fortnite spieler der welt mal gucken ob wir mal wieder ein kid live schaffen ich muss sagen wenn ich habe jetzt einmal offline gespielt weil ich bisschen in den einstellungen was geändert habe zum testen da habe ich zwei kids gemacht den einwand in einen anderen one ein kill war fast sogar gewollt die aufnahme hochzuladen um zu sehen dass und zu euch zu zeigen dass ich wirklich wen gekillt habe man 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 mal gucken ob wir es jetzt schaffen da bin ich ja mal gespannt warum zittert das denn jetzt so was passiert es geht schon los wo geht es denn rüber hier geht es rüber okay ist eine liste alle änderungen findest du eine tägliche herausforderungen team muss länger als da in der klinik war auch wenn ich ein gegner mit einer pistole okay ich springe jetzt alle hier schon ab so ist auch gleich da bin ich auch noch nie drin gelandet das mit so durch da kommt das eigentlich nie raus aber wir zum zu den bauern zu uns scheinert haben wir gehen hier ohne hier vorne gehen wir hin das haben wir nicht dieser roten kreise zu bedeuten genau hier habe ich sogar wem gekillt auf den stuhl genau ist die kiste da habe ich eine legendary waffe sogar bekommen mal gucken mal gucken wir mal was wir hier noch so finden das ist auch noch eine waffe so dann machen wir mal ein bisschen schutz was hier so drin ist äh ne das mal so position nehmen wir mit position nehmen wir auch mit und dann wollen wir mal würde ich sagen dass ihr noch wer okay dann wollen wir mal unsere reise beginnen ein paar gute waffen haben wir hier über dem fluss müssen wir über den fluss wir könnten fluss vorbei ja wir gehen am fluss vorbei würde ich sagen aber nicht direkt über den fluss und dann gucken wir nochmal der fluss geht danach wir können auch hier so lang wir müssen uns sputen wir haben nicht mehr so viel zeit würde ich sagen und ich muss zugeben wir müssen es echt mit dem bauen mehr hinkriegen da bin ich derzeit noch echt schlecht wenn ich jetzt hier runter falle dann bin ich auch fast tot das geht das geht auch 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 da laufen wir erstmal hier am fluss lang da können wir mal schnell einen baum umfletzen So, und weiter geht's. So. Gucken wir mal, was in den Häuschen hier ist. Verbände, die haben wir genug. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Gehen wir mal hier lang. So, 32 sind noch im Spiel. Wir haben noch gar keinen gesehen, ne? Äh, so. Gucken wir mal kurz. F3. Wie viel Schuss hat denn die andere? Ah, ne, weil wir jetzt 60 Schutzen wieder treffen, sowieso nicht so gut. Ist da was drin, irgendwas Spezielles? So. Da ist die Mitte, verkleinert sich schon, so. Wo sind sie denn alle? Wir laufen mal weiterhin in der Mitte. Aber wo sind sie denn? Hat das einer gebaut? Was ist das? Was ist das? Mist! Er hat uns erledigt. Ja, okay. Oh! Aber wir haben uns gut geschlagen. Ich hätte mich doch nicht gleich anschießen sollen. Vielleicht hat er uns noch gar nicht gesehen gehabt. Ach Mist, jetzt gehen wir gleich nochmal in die nächste Runde. gucken so ob es jetzt mal besser wird hoffe ich ja mal sollte ich mal ein paar möhren essen ein bisschen bisschen besser zielen kann ja ich habe uns runter geschliffen Okay, keine Munizierung mehr. Das geht so bestimmt gleich los. Jetzt machen wir mal den LKW kaputt. Jetzt geht's schon los. So, okay, wir gehen da rüber. Macht das Sinn mal vielleicht zu unseren... ...unserer Golfanlage. Ach komm, wir testen es einfach mal. Wie soll man so ein bisschen weiterkommen? Wir testen es mal. Wir testen es mal, ob wir wirklich weiterkommen. Okay, das war echt weit vom Golfplatz entfernt. Probieren wir das noch mal ein bisschen, ob wir weiterkommen. Minimal, glaube ich, kommt mal weiter ohne... ...ohne was zu verlieren. So, folgt uns sind wir. Ich sehe auf jeden Fall keinen. So, jetzt sind wir schon mal gestärkt. Oh, sind wir direkt drin? Das ist doch sehr schön. Gehen wir erstmal schnell die Löcher ab. Haben wir genug Zeit, da wir hier drin sind. Die Mutation nehmen wir mal mit. Ja, das nächste Loch. Das hat nichts. Gucken wir mal hier lang. Ich würde sagen, können wir mal zu den Kisten gehen. Vielleicht kommt auch gleich wer. Was ist da drin? Da ist nichts drin. Gut. Dann gehen wir mal schnell gucken, was die Kisten so bringen. Wow. Sehr schön, haben wir mal ein schönes Gewehr. Machen wir mal eine schöne Ausrüstung und dann würde ich sagen. Äh, mittig. Wollen wir mal. Ne? In meinem Fragi. Was ist das? Was machen wir jetzt mal? Was passiert da, wenn wir das machen? Jetzt machen wir jetzt mal unseren Dreher. Yeah. Kommen wir durchs Wasser, kommen wir durchs Wasser? Kommen wir mal. Sehr schön. Kommen wir durchs Wasser, kommen wir durchs Wasser. so dann gucken wir mal hier ist noch eine kiste so die sind ja alle hier lang geflogen die werden alle bestimmt von da aus irgendwo kommen wollen wir mal einfach aus unserer markierung eigentlich da hinten ok laufen einfach mal um den krater rum jeder baut einer was jetzt geht das da braucht sich einer eine festung die granaten einpacken sollen wir hätten die granaten einpacken sollen wir sind noch mitten im kreis das ist sehr schön können wir also mal gepflegt einfach hier nur sitzen bleiben und gucken was passiert da ist wer so 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 so